Wüsten kann ja nichts uhrhalte Pnochen. Einfach mal hin. So und dann die Krömer. Oh. 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 Ach so. So fahr ich in. Oh. 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 Schnell weg hier. So. 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 Ich mache auch etwas weg einmal hier für 25.000 sehr schön sieht auch geil aus was ist C Klasse? C Klasse nix ist dein gut ja gut, weiter so warten wir noch mal weiter so 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 ... Mhm. Atlas Schnittstelle. Da wird die Raumklusion, aber ich denk mal, wir gehen jetzt halt da zu der Spielstelle hin. Okay, dann mal hin da. Ähm, ja. Was ist denn? Der Atlas hat mich zu dieser Schnittstelle geführt, doch die Aufsicht dahinter ist noch unklar. Er verlangt Verheerung, er verlangt Gehorsam. Er preist mich willkommen, er weiß, was ich bin. Er bietet mir echtes Verständnis als Geschenk an, aber warum? Warum sehnen sich solch eine Energie und ein Wissen nach Unterwerfung? Er erkennt meine Gedanken nur, ehe ich sie kenne, er weiß, was ich tun werde. Der Atlas bittet mich, seinen Weg zu folgen. Jo? Ich akzeptiere, der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung öffnet sich mir. Aber wie auch. 71, dramatisches Metall. Ist schon gut. Oh, seltsam hier, ne? Nein! Mensch! Hm... Bleib mir im Weltkrieg, weil das Schnellmilieu auf dem das hier gerade ist. An Bord einer Erschätzung von Siad mit einer Stimme gesprochen, die ich noch nie gehört habe. Sie fragte nach Samen. Und ich fühle mich seltsamerweise geschwungen, ihr zu erhorchen. Okay. Sehr schön. Gut. Hier stechen wir das her. Und dann stehe ich noch mal Davos 2 her. Okay. Super kritischer Planet. Okay. Einmal auf die andere Seite. Okay. Dann kann ich mir hier auch nochmal einen Anzugs-Upgrade holen. Je mehr platzt, desto besser. Hm, das ist gut. um 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 und wo sei es mit den den ganzen hier um übergibt das gerät ein gesandte der seltener rede für das entsprechende kopffeld Vielleicht dir? Der Santa? Einlösen, spenden Ach, hier Händler-Rilde, hier muss der Söldner-Rilde. Ich hätte es mal angenommen, dass die Krieger hier die Söldner sind, aber offenbar nicht. So Meister, was willst du mit deinem Schiff? Könnte ich tauschen, aber das ist schlechter als meins. Ablehnen. Einen Moment. So, da geht's wieder. Schauen wir uns den Planeten mal an. Gebäude, oder was ist das? So was abgestößt ist. Oh ok. Wacht, was du? Und ein bisschen aufladen. Hiermit. Ach, ich gehe direkt auf hier. Poli-Faser. Oh. Hm. Hä? Hä? Ah, hier ist die Seite. Säure. Wie teuer ist Säure. Spielwert. Okay. Osmodid und Pilzschimmel hergestellt. Strahlungsschutz nimmt ab. Extreme unterirdische Strahlung gerissen. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Hm. Hier, ich muss aufschladen. Und das auch. Technologie aufgeladen. So. Hm. Strahlungsschutz nimmt ab. Hm. Das ist überraschend eines großen interstellaren Raumschluss geborgen. Er kann an 8er Abschlussstellen gesammelt, oder? Ok. So ist das doch eine Forschungsstation an Bord eines Frachters könnte es in nutzbare Theorie umwandeln. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Nochmal Säure. Säure war ja viel wert. Vielleicht sollte ich das Reset für die Säure mal lernen. In einer Anomalie. Kann ich die Anomalie auch hier ausrufen? Hm. Nee. Was? Ich ziehe mal. Irgendwann mal. Aber weiter weg. Eigentlich. Und rein da. Hm. Woops Midge Oh, yes So, schauen wir mal oben nach, hier. Erstmal hier. Vielleicht hast du das... Vielleicht Datenregen, Kreatur Ähm, ja gut Das war glaube ich hier, bei dem Verdinnt Säure, äh Verdinnt Säure, äh Verdinnt Säure, Hochstromersäure in diversen Energiezellen Aus Modit und Pilzschmüll Hergestellt Pilschmüll haben wir ja noch Mh... Aus Hachium und Gamma-Wurzel hergestellt Mh... Fragbarer Reaktor Mh... Dann lieber das hier erstmal Aktusfleisch hat ich hier gerade verkauft Glaub ich, Sternenknolle Glas aus Frostkristall Instabiles Reaktor Aus Tattusfleisch Ja, machen wir das nochmal Mh... 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 Aber ich glaub nicht, ne Was hatten wir nochmal? 110.000 Achja... Äh, Raumanzufsupgrade Ist er hier auch Mh... 50.000 Auszwischenschauen Ah, 50.000 Ist nichts Mh... 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 Das ist auch ein gutes Schiff hier Mh... Räuft Bedrohung Bedrohung No Good Machen wir den Weg ... ... ... Und da? Sehr schön. Unsinn, Professor. Das ist eine große Flotte, aber das sind zwei Flotten. Ein Frachter. Da ist eine. Raufstation, da waren wir schon. So, was muss ich hier machen? Genau. Da waren wir gerade. Da ist die Anomalie. Die Schnittstelle. Die ist hier ein reicher Asteroid. Asteroid. Okay. Egal. Der Planet da? Leerer Planet. Ja ne, was soll ich da drauf? Reichhaltiger Planet. Komm mal da hin. Ja. 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 Kommt in den Regen. Okay. Eintritt drin. Das wäre. Ja. 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 Ich möchte landen. Ah, hier. Da hinten in der Ferne sehe ich andere Gebäude. Ähm. Ja. 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 Wird ja so ein krass Geschmack da kriegt. So ein anderes aber... Wo ist eigentlich meins? Ach, ich kann hier jetzt rufen. Na du, freudig, Lieblingsfreund. Hier war doch eben noch irgendwas rot. Okay. Okay. Hohoho Ja, sehr schön Dale 26 Ich könnte wohl wieder ein bisschen was hochladen So Dann hier Und hier Hey Ich will auch nicht auf dem größten Massage sehen Ich kann das nicht auf dem größten Hier Ich kann das nicht auf dem größten Dann streichern wir einmal. Da würde ich sagen, dass hier für heute auch Ende. Da hinten das Gebäude, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für YouTube jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like, Abo und Kommentare da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.